so machen wir weiter und zwar mit dann sind die truhen noch zusätzlich wild schauen wir mal 45 cent einsatz ob sich das rentiert so 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 Musik 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 Wollen wir mal, dass die Jungfrau da auch kommt, die mehr Jungfrau mal hier aufwertet. Ah, da ist sie ja schön. Ja, da ist sie ja schön. Und kommt sie nochmal, dann sind wir bei den höchsten Symbolen. Jetzt muss nur noch ein gescheites Bild kommen. Na ja, für 45 Cent hält sich die Freude in Grenzen. Und direkt nochmal. Schade. 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 noch mal, bevor da mir wieder alles so wegknallt. Machen wir mal Bux&Bulls. Oh, nochmal C-Play, das hat kein Mux&Bulls. Und nochmal auf 40 Cent und schauen mal ob Bux&Bulls vielleicht noch was raus hat. Na schön, zwei Walls und den Scatter davor. Sehr nett. Machen wir mal 50 Cent. Schauen ob der irgendwo mal ein paar Freispiele raushauen mag. Okay. Okay. Uzbek. Ein Virus. Kabel sind wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das läuft wieder sehr sparsam hier mit nur 50 Cent gewinnen bis jetzt Hoffentlich ändert sich das nochmal Ich probier nochmal was anderes aus Bis gleich So, ich versuch's mal mit Magic Stone Oh, 45 Cent Nochmal die 10 Euro und gucken mal, ob der noch was meint machen zu können Und aus, bitte aus Komm weiter, was Nur ein Buchstaben Schade So, ich versuch's mal mit Huh Tja, der Wahnsinn Und das war's auch schon wieder Oh, 15 Cent noch ein Na gut, bis später So, ja, probier's mal mit Kairo Casino Gucken, ob die Frau da oben ihr Tuch fallen lässt So, ja, probier's mal mit 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 Oh, Wahnsinn. Ja, ist klar, direkt Ende. Na, geht schon mal etwas höher wenigstens. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Oh, da lass ich aber auch gar nicht drücken. Oh, das war's. Oh, das war's. Bis später. Oh, das war's.